So Leute, ich bin jetzt nochmal hier in der Sonne. Und ich muss sagen, ich habe Dinge entdeckt, ihr werdet schockiert sein. Ich werde... Ich werde darüber berichten. Das ganze Krankenhaus ist ein Hater. Es ist ein kompletter Hater. Es ist voll von Hatern. Und das Geheimnis habe ich im Keller entdeckt. Und zwar bin ich meiner berüchtigten Spürnase nachgegangen. Ein ganz besonderer Duft verfolgte mich plötzlich über einer Station mit einer recht hohen Zahl. Und ich bin diesem Duft gefolgt, meiner Spürnase. Und jetzt dürfen die drei Mal... Ich bin in einen geheimen Kellerraum gelangt, wo sich die ganzen Verschwörungstheoretiker versammelt haben. Und die waren alle Currywurst-Pommes abfressen. Ohne Scheiß. Die sitzen da alle mit ihren blauen Hemden, weißen Hemden und mit ihren Kitteln und so. Auch eingeweihte private Menschen saßen dort bei einer Cola, einem echten Kaffee und einer Currywurst-Pommes. Ohne Scheiß. Und mir klatschen die da drei Nudeln mit veganer Soße hin. Ich werde das hier... Das wird ein riesengroßes Skandal-Video. Das geht bis an die höchsten Stellen. Nämlich bis an euch. Ich leide, aber ich werde überleben. Und ich werde alle Missstände hier aufdecken. Alle. Jetzt reicht's. Jetzt haben sie mich gereizt. Dieses Krankenhaus ist ein Hater. Sie tarnen sich. Aber ich werde hier knallhart recherchieren. Und werde es euch mitteilen. Also, bis später. Falls ich nicht... Frau Huger hier von der Bank falle oder so. Die meint auch ich jetzt an einer Klatsche. Wenn die wüsste. Sie hat recht. Bis später. Tschüss. H ЕгоNG Hoระ清楚. 죽 Mark. Jóc.